Uralter Texte herstellen, okay. Zack, hergestellt. So, wir brauchen eine Urne, eine Antike Vase. Können wir alle nicht einsammeln. Okay, da geht es immer noch weiter. Okay. Natürlich kommen wieder beide gerannt. Ja, jetzt haben wir auch noch drei am Hals. Dein Ernst? Ist das denn die Möglichkeit? So, wollen wir erstmal die schwächere Platte herstellen. So. Ja, die hauen einem richtig gut aus Pressbrett hier. So. Bügelgrämer Schätze, sieben von zehn. Bruchstücke sechs von zehn. Oh, es ist der. Es wird auch langsam. So. Die Toten war einfach kaputt jetzt. Zack, machen wir mal die Einstimmung komplett voll. Und gebeten. Resistet, natürlich. So, wir sind gleich wieder tot hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Ich kriege den Händen ab und zum Glück nicht so viel HP. So. So. Müssen wir ein bisschen mehr mit der Bubble arbeiten. So. Und kurz erneuern. Zack. Und ab geht's. Aber lange bin ich hier. Zwölf Sekunden. Okay. Joa, klar. Was? Gleich zwei. Wollt ihr mich verarschen? Hügelgräberkerze. Boah, alter. Die Nuckeln hier. Die ziehen mal einen HPs, ja. Ach, jetzt können wir noch angreifen. Eben ging's nicht. So. Komm. Weg. Alter, alter, alter. Geht das noch rein hier? Ach, noch mehr Treppe hoch. Natürlich. Was? Noch mehr. Alter. Okay. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt tatsächlich erst mal her. Ich geh jetzt noch mal kurz raus hier. Wir gehen noch mal nach Pre rüber. Und gucken, ob wir bei irgendeinem NPC eine stärkere Waffe kriegen. Da kriegen wir ja bloß Daily Belohnung, ne. Ruf und die... äh... Sammlermünzen. Ach, eben dachte ich. Hallo, Oskar? Äh... Hä? Ich bin wieder weggekommen. Ist alles schon wieder gespawnt? Was? Ja. Okay. Wahnsinn. Was für ein Tempo die auf uns zukommen. Brutal. So. Na ja, Gott. So, da ist die Ausgaben. Äh... Ausgaben. Ach, da. Na eben dachte ich schon. So. Okay. Wir waren also mehrere Hügel. Ach, da waren wir immer noch nicht fertig. Da fehlt immer noch was. Ne, wir müssen jetzt erst mal kurz gucken, dass wir bessere Rüstung zusammen kriegen. Ähm. Ey, bessere Rüstung ist eigentlich eine bessere Waffe zumindest mal. So. Rüstung. Ne, Geld war doch keine Auto-Aggro. Ach ne, Geld war ja das Level. Ne. Okay. Gut. Machen wir mal kurz Platz hier. Sollts nicht parieren, du sollts sterben. Komm hier. Zack. So. Hügelgrabeisen mitnehmen. So. Einmal auf der 3-Tier. 5 Trocken, ne? Das ist doch. Die können wir dann umkloppen zu Barren. Oder wir verkaufen hier hohe Erze. Je nachdem, was man mag. Ähm. Ja. Preiseffizienter wegkriegen. Muss man so sagen. Je nachdem, was man besser verkaufen kann. So. Und steifeln konnten wir ja bisher nur in Level 12 bauen, ne? Goldschmied und steifeln. Da, 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 da. Level 12 in weiß. Naja. Bringt ja nicht wirklich viel. So. Ein paar Erze mitnehmen, nebenher. Was haben wir da oben noch? Spiegelgrabeisen. Oh. So. Nehmen wir mal auch noch mit. Ich meine, was wir haben, haben wir. Und wenn wir mal ein 100er Staffel voll haben, können es nicht gebrauchen. Verkaufen kann man es immer noch. So. Bei den Marksteinen weiß ich gerne, ob man die auch erkunden muss. So. Keine Ahnung. Ein Wickelgrabeisen nehmen wir mal mit. So. Nach Wickelsplitter haben wir, ja, wegen mir. Wir müssen jetzt erstmal ganz nach Dreh zurück. Wir brauchen eine bessere Waffe. Wir tun uns das ja noch ziemlich schwer, jetzt im Moment, was den Schaden angeht. Das ist mehr eine Quälerei, wer hat das andere. So. Warte mal, wo konnte man die dann raushauen? Nein, nein, jetzt sind wir ganz ruhig. Müssen wir mal kurz runter. Nach Südreich flischen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Hier. Ja, so. Okay. Ach, komm mal, hier haben wir jetzt Rufgegenstände. Matomgesellschaft und Menschen von Dreh. Sehr gut. Können wir nachher dann alle einlesen auf Läufe 20. Und dann können wir den Ruffortschritt ein bisschen beschleunigen, denn wir müssen teilweise massig Ruf sammeln. So. Dann können wir den mal raushauen. Dann haben wir ja die Einleitungsquests schon mal gemacht. So. Nein, hier. So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Oh, blablabla. So. Zwei neue Fähigkeiten. Schreibt einen neuen Ausgang. Okay. Oh, sehr schön. Können wir Gifte runternehmen. Sehr, sehr gut. Epos für die Ewigkeit. Verbessert Heilung mit jeder Einstimmung. Erfordert Heilungseinstimmung. Ach, das ist ein Direktil. Okay. Sammlungen. Umschaltze. Ah. Guck mal. Ach je, was gibt's denn? Hühnerfrau. Klasse. Drei Tiere. Tja, da gibt's ein paar davon. Emotes kann man sogar sammeln. Abschlag. Okay. Ich sammle der Emotes. 122, 177. Ah. Gibt's nämlich sowas zu tun. Es ist überall Titel dafür, ne? Der euch den Tag versüßt. Ach ja. Sowas an der Englischen Verkauf. Heiltränke. Oh ja, große Einpette. Schriftrollen für ewige Rezepte. Hat er nur schwere Rüstung. Na ja, ein paar Sachen hat er. Gut, wir tun uns aber alles nichts. Macht, parieren, brauchen wir alles nicht. Na, super. Rückkehr nach Pré. Oh, gleich nach Préporten. Okay. Hallo. Also wirklich viele Sachen gibt's jetzt nicht für, ne? Können wir Rufgegenstände herstellen. Okay. Hm. Ist es nicht so bombastisch, was wir dafür kriegen? Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Okay. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir eine schöne Waffe finden. Für uns. So. Schauen wir mal. Äh. D-d-d-d-d. So. Gucken wir mal. Also. Klassengegenstände. Äh. Ne, das waren ja schon die Artefakte, ne? Äh. Das sind alles. Schon. Das sind alles schon. Das meiste sind High-Level-Waffen. Ne, brauchen wir nicht. Äh. Ich hätte keine ganz normale Waffen. Waffen. Runensteine. Wurfwaffen. Dada, dada, dada. Runensteine. So. Gucken wir mal. Level 100 Runensteine. Äh. Eine liebe Zeit. Einer auf unserem Level. Da wäre ein Level 10 Stein. Äh. Lohnt sich jetzt aber nicht mehr wirklich. Neigeformter Eisigerstein des ersten Zeitraus. Acht. Liebe Zeit. Ja, da müssen wir zu machen, so. 20. Wille, Schicksal, Kraft, Taktische Raum. Beine Hausnummer. Aber wenn halt noch zwei Level. Die wir bräuchten. Von Level 10 Stein lohnt sich absolut nicht mehr. Ähm. Da haben wir ja zwei Level, damit er neun anziehen könnte. 17. Die Kraftregulation außerhalb des Kampfes. Na, Wahnsinn. Aber andere haben wir nicht. Ich weiß, gleich mal 5 Gold. Die haben wir gar nicht. 5 Gold haben wir überhaupt nicht. Wenn 4,3 TPS mehr, aber mit uns halt ein bisschen Stats erzielen, was wir da insamte Damage auch hoch drückt. Na komm, 100 Silber. Na komm. 100 Silber. Ein da. 2. Ja, 1% mehr überall. Nur mit der Waffe. Wir können ja noch die komplette Ausrüstung tauschen. Okay, jetzt können wir gerade mal gucken, wenn wir eh da sind. Ähm. Wie kann ich euch zu diensten sein? Äh, hier so. Ne. Äh, wann war das hier? Da. Da. Und dann mach's halt so. Ach, der ist noch auf oben ein Stein. Fügel-Grab-Eisen. 25. Eine Staffel für 5 Gold. Boah. Oh, nur setzen wir für 4 oder 3,5 sogar rein, dann kriegen wir da schon ein bisschen was zusammen. Silber. Äh, ist auch schon ein Schlotzerpreis. Okay. Tja, wir müssten mal eine Farming-Tour tatsächlich einlegen, dass wir, ähm, hallo? Hallo? Na, na, jetzt. Wir müssten mal eine Farming-Tour einlegen, dass wir, äh, Erz und Rohstoffe zusammen kriegen.